Ich freue mich sehr, dass ich heute einen meiner langjährigen Schüler dabei habe, nämlich den Golfprofi Lukas Nemetz. Lukas spielt ja seit vielen Jahren auf der Challenge Tour und auch auf der European Tour zeitweise. Und was machen wir heute, Lukas? Ja, wir werden über das Eisenspiel sprechen. Wie können wir unsere Eisenschläge verbessern? Ein paar technische Tipps werden wir euch geben und wir werden auch darüber reden, ob Eisen oder Hybrid besser ist. Also bleibt dran, wir starten jetzt. Lukas spielt ja Woche für Woche Pro Arms vor seinen großen Turnieren, meistens am Mittwoch und spielt mit einem ganz normalen Hobbykolfer und Sponsor des Turnieres mit seinen Sponsoren, also je nachdem. Ja, ganz wichtig. Und da siehst du immer wieder dieselben Fehler, weil ich sehe auch dieselben Fehler. Und wir haben uns jetzt gesagt, wir werden über das Ganze sprechen. Worüber sprechen wir jetzt? Also wir werden einerseits über den Auschwung reden, dann über den frühen Abschwung sprechen und was noch? Und über den Durchschwung. Und dann werden wir auch noch sprechen über die Entscheidung, soll man Hybride oder Lange Eisen spielen? Ein heißes Thema. Was ist denn das absolute Hauptproblem? Ja, ich meine, das erste Problem ist natürlich oft der Kontakt. Aber wenn wir jetzt auf technische Dinge zum Sprechen kommen, sehe ich sehr häufig den Fehler, dass viele Leute überschwingen. Das machen sie nicht, weil sie sich so gut drehen, sondern weil sie vor allem die Arme abwinkeln im Auschwung. Das heißt, dann sind sie da hier und extrem eng. Und von dort wird es natürlich sehr schwer wieder zum Ball zurück zu kommen. Genau das ist es. Also etwas, was ich auch immer wieder sage, dieses Überborgen, speziell der rechten Hand, das macht ein riesengroßes Problem beim Konstanteisenschlagen. Und wir haben eine Übung für euch ausgesucht. Lukas, zeigst du vielleicht das kurz vor? Wir haben einfach so ein ganz normaler Leimenseck. Der Lukas verwendet Holzstäbe. Er gibt ihn einfach jetzt hier unter die rechte Achselhöhle. Und wozu ist das jetzt gut? Zeig mal vor. Also das ist so, wenn ich jetzt aufdrehe, ich schwinge mal auf und ihr schaut euch das an, versuche ich natürlich den linken Arm gestreckt zu lassen und den rechten auch weit aus. Sobald ich eng werden würde, berühre ich natürlich diesen Stab. Also man merkt das ganz deutlich, dass das der Problem ist. Es behindert dich quasi, dass du zu weit ausholst. Genau. Und wenn man das dann quasi dynamisch macht, schaut das dann wie aus? Das ist eine Idee. Ja genau, das ist die Idee bei dem Ganzen. Und ihr könnt es ja schon sehen, man bekommt dadurch eine sehr stabile, kompakte Position. Und das ist auch ein Drill, den du auch immer wieder ganz gerne machst, auch für dich, einfach um etwas Konstanz zu bekommen, einfach etwas mehr Radiuskontrolle zu haben. Und können wir euch natürlich auch sehr, sehr nahe legen. Definitiv. Ein weiteres extrem häufiges Problem, was ich immer wieder sehe, und auch Lukas immer wieder bei den Proarms, ist, dass Golfer, wenn sie hier oben angelangt sind, dass sie sofort die Hände eng am Körper Richtung Ball ziehen. Zeig das vielleicht noch ganz kurz, was ihr vorher wieder ausschaut. Genau, das ist so. Das Problem ist natürlich, dass viele Leute im Ausschwung ja bereits die Arme anwinkeln und dann, wenn sie jetzt nur hinunterziehen, schon eigentlich sehr früh entwinkeln. Genau, also durch das, dass die Hände runtergehen, die Kurve des Handpfads geht eigentlich in diese Richtung. Das drängt den Schwerpunkt des Schlägers hinaus und du entwinkelst sehr, sehr früh. Und das ist ein großes Problem für viele Golfer, weil sie nämlich dann vorher in den Boden reinschlagen, ganz genau. Und da muss man dann irgendwelche Ausgleichsbewegungen machen, damit sich das irgendwie ausgeht. Und das ist ein Problem. Was spürst du, Lukas, wenn du das machst? Was spürst du bei der ganzen Sache? Naja, erstens natürlich sind wir beim Thema, wir schauen natürlich, dass meine Arme schon weit im Ausschwung sind. Ja. Und dass sie dann im Abschwung noch einmal weiter werden. Du hast das Gefühl, dass die Hände eigentlich sich vom Ziel noch einmal wegbewegen. Genau, quasi dort hinüber bewegen. Genau, zeig dir das nochmal vor, dieses Gefühl. Also es ist hier und dann hast du das Gefühl, dass du in diese Richtung bewegst. Wie viele Zentimeter sind das, würde ich sagen, vom Gefühl her? Es geht eigentlich vor allem um die Intention. Es sind vielleicht zwei Zentimeter, ein Zentimeter. Aber es ist natürlich wichtig, dass ich besonders viel Winkel erzeuge, weil das natürlich Geschwindigkeit und Länge produziert. Genau, und wichtig dabei ist, es ist nicht der Versuch, dass man den Winkel extrem hält dabei, sondern durch die Kurve von den Händen. Weil Lukas eben versucht, die Hände in die Richtung zu bewegen. Dadurch haben wir das, dass der Schlögerkopf mehr hier bleibt. Im Gegensatz, wenn ich hier runterziehe, geht der Schlögerkopf sofort raus. Das heißt, allein durch diese Bewegung hinaus wird der Schlögerkopf ein wenig verzögert und ich bekomme diesen wunderschönen Look, diesen wunderschönen Like, wie man es im Fernsehen kennt. Kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt für konstantere Eisenschläger. Eines der absoluten Hauptprobleme aller Amateurgolfer ist es, ich sage wirklich fast aller, weil ich es wirklich fast täglich sehe, und du glaube ich auch, immer wieder, dass hier unten in der Treffementphase es nur eine ganz kurze, flache Stelle gibt. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wenn Profigolfer durch den Ball durchgehen, beginnen sie hier die Arme zu strecken und er schlägt jetzt flach im Boden entlang. Golfer, die da ihre Probleme haben, haben eine ganz kurze Phase, wo sie den Boden treffen und da muss alles genau passen. Und das machen sie hauptsächlich deswegen, weil sie die Ellbogen herziehen zum Körper und auseinander. Lukas, als Profigolfer, macht das natürlich hervorragend besser. Und zwar, was du machst, Lukas, ist, du gehst durch den Ball durch und du hast hier die Arme nach dem Schlag gestreckt. Und man muss sich das vorstellen, wenn Lukas jetzt schwingt, da entsteht wahnsinnig viel Gewicht am Schläger. Das würde ihn richtig nach vorne ziehen. Und was machst du jetzt? Jetzt wehrst du dich dagegen und ziehst eigentlich dagegen. Also ich bin jetzt quasi das Gewicht, das du quasi erzeugt hast, und jetzt teilst du dagegen. Wie machst du das? Du tust den Oberkörper zurückstrecken, die Schulterblätter zurückstrecken, während die Ellbogen immer noch eng sind und weit sind. Und das ergibt dann, dass Lukas eine sehr, sehr lange, flache Phase unten hat. Genau. Genau. Das Gefühl hier und zurückziehen. Und da kann man ruhig dann mal Probeschwingungen machen, dass man einfach sich herstellt, das versucht zu machen und einfach spürt, obwohl alles nach vorne geht, ziehe ich zurück. Wir kommen jetzt zur Bonus-Sektion. Und ich würde dich aber vorher bitten, dass du dieses Video likest, wenn es dir gefällt, und es auch mit einem Freund teilt, der von diesem Video profitieren kann. Und jetzt kommt die Frage, welche Golfer sollen ein Hybrid spielen und welche Golfer ein langes Eisen? Lukas, was machst du? Ja, also ich bin ein großer Fan von langen Eisen. Ich habe vor circa drei Jahren auch probiert, mit Hybrid zu spielen. Ich habe es damals als Ersatz statt dem Zweiereisen genommen und nach circa eineinhalb Jahren für mich gesehen, es funktioniert einfach nicht. Ich liebe lange Eisen. Was ist der Grund dafür? Ich habe zum Glück eine sehr hohe Geschwindigkeit bei meinem langen Eisen und spiele jetzt wieder ein Zweiereisen. In dem Fall so ein Utility. So eine Mischung ist das, gell? Genau. Es ist eigentlich wiederum eine Mischung zwischen Eisen und Hybrid. In dem Fall sogar mit einem Grafit-Shaft im Zweiereisen. Und bin extrem zufrieden. Allerdings ist es natürlich so, um lange Eisen gut zu spielen, braucht man enorm viel Schlägerkopfgeschwindigkeit. Also Grad-Fünfer-, Vierer-, Dreier- oder Grad-Zweiereisen ist relativ schwer zu treffen. Vor allem, wenn man nicht genügend Schlägerkopfgeschwindigkeit erzeugen kann. Ich glaube, das siehst du ja immer wieder, wenn du mit deinen Sponsoren spielst oder mit Auf-Pro-Arm spielst. Da hast du ja oft Damen dabei oder Herren, die nicht so viel Schlägerkopfgeschwindigkeit erzeugen. Und wo würdest du da sagen, wann sollten sie dann beginnen mit einem Hybrid? Bei welchen Eisen? Sollen sie noch auf Fünfer-Eisen spielen oder Sechseisen? Oder was denkst du? Ja, also allgemein muss ich sagen, dass ich schon das Gefühl habe für Amateur-Golfer oder Hobby-Golfer, dass sie sich schon mit einem Hybrid um einiges leichter tun. Und das hat einige Gründe. Einerseits natürlich ist der Schwerpunkt des Schlägers etwas niedriger. Er ist leichter zu treffen. Die Sohle ist dann etwas breiter. Verzeiht mehr, gell? Verzeiht mehr. Genau, er verzeiht einfach mehr. Und teilweise glaube ich, dass ab Sechser- oder Fünfer-Eisen ein Hybrid eine sehr, sehr gute Option zu einem Eisen sein kann. Wobei man natürlich im Umkehrschluss sagen kann, auch ein Spieler mit sehr hoher Schlägerkopfgeschwindigkeit kann ein super Hybrid finden. Dann ist es aber vielleicht eher als Fünfer-Holzersatz zu sehen, als jetzt statt einem Dreier- oder Vierereisen. Ganz wichtiger Punkt, auch für die besseren Golfer und die schnelleren Golfer hier, die zu sind. Also nicht zwingend Hybrid. Probiert auch mal andere Varianten, Utility oder auch mal Lange-Eisen manchmal. Kann das sehr gut sein. Und lasst mir bitte unten in den Kommentaren wissen, was ihr da so verwendet. Als nächstes würde ich dich bitten, dass du dieses Video hier anschaust. Da kannst du ganz einfach noch einmal 30 Meter mehr Länge mit dem Dreiber gewinnen. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss!